In meinen Ohren rascht ein Bach, da ist kein Platz für dich. In meinen Augen wächst das Gras, da ist kein Platz für dich. Ich bin ein Felsen, ich habe Leben und Tod gesehen. Ihr bösen Geister sollt wissen, ich schlafe nicht. Nimm mich mit, warum sollte ich? Ich werde sie nicht los. Wen? Aller deren Leben ich beendet habe. Sie folgen mir. Ist da was? Nein, nichts. Wo sind sie? Los! Die Menschen sind dabei, von der Erde zu verschwinden. Sie haben ihre Chance für Tage. Wichtig ist, wir sind noch da. Stimmt, das haben nur die Herrschliche überlebt. Es wird etwas Neues entstehen. Die ungebetenen Gäste müssen gehen. Es ist vorbei. Es muss so sein. Alles gut? Es sind viele. Hilf! Ich glaube, die Erde ist eine kluge, alte Frau. Und die Menschen, die haben jetzt lange keine Miete gezahlt. Und das da draußen, das ist die Räumungsklage. Und das ist das, die Leute. Und das ist die Räumungsklage. z